Ja, meine Freunde, das war gestern Tag Wahnsinn. Drei Gerüchte über Werder, die innerhalb von gefühlt zwei Stunden hintereinander wegkamen. Einmal Anthony Jung, über den wir gleich nochmal reden, Nikolaj Rapp und auch Maximilian Mittelstädt. Und vor allen Dingen, dann kam noch ein Artikel, den habe ich erst gestern Abend gelesen. Bei mir kam erst ein dickes Fragezeichen, so, hä, wie kommen wir jetzt da auf? Aber ich lese euch mal kurz den Überschrift vorher. Wie wahrscheinlich ist ein Wechsel von Toni Kroos zu Werder Bremen? Haben mir ein paar Leute von euch geschickt. Und reden wir auch gleich drüber. Wir reden über alle diese Themen heute. Das ist praktisch ein zusammenfassendes Video, gerade für die Leute, die gestern vielleicht ein Video verpasst haben. Können dann gerne hier eben sich jetzt zurücklehnen und werden komplett informiert. Aber auch eure Kommentare werden hier gleich eingeblendet. Zumindest drei, die eben gesagt haben, ey, irgendwie passt die Position nicht auf die Werder sucht. Maximilian Mittelstädt, Linksteiliger. Und darüber werden wir auch gleich reden. Wir fangen aber erstmal bei dem Toni Kroos Thema kurz an, weil wir das auch kurz machen können. Also ich zeige euch jetzt einmal kurz den Artikel, den werde ich euch unten verlinken. Den könnt ihr euch dann auch gerne selber nochmal durchlesen, insofern ihr denn mögt. Ihr seht auch hier, Dezember 27, also gestern kam heraus, wie wahrscheinlich ist ein Wechsel von Toni Kroos zu Werder Bremen. Jetzt werden wahrscheinlich eine Menge von euch denken, naja, also mal ehrlich, das passiert halt nicht. Und so ähnlich habe ich auch gedacht. Ich habe auch erst mal gedacht, hä, wie kommt man jetzt darauf? Naja, wie kommt man darauf? 90 Minuten hat darüber berichtet, dass Toni Kroos halt Werder-Fan ist und ja auch immer in seiner Kindheit gewesen ist. Da Woche für Woche Werder auch im Radio verfolgt hat, zu der damaligen Zeit und auch in irgendeiner Doku war jetzt zuletzt zu sehen, dass auch auf seinem Kopfkissen ein Werder-Kissen liegt. Also es ist ja eine Sache, klar, es ist erstmal sehr, sehr schön, dass so ein Weltspieler überhaupt Werder-Fan ist, dass es sowas gibt, dass so große Namen auch Werder-Fans noch sind. Das ist doch was Schönes, darüber freuen wir uns, darüber freue ich mich persönlich auch. Und natürlich würde man oder würde, glaube ich, keiner von uns sagen, nee, Kroos nicht zu Bremen ist natürlich hier. Also jeder würde den mit offenen Armen empfangen. Leider, sage ich aber auch, ist die Fußballwelt nicht mehr so. Also wie gesagt, den Artikel könnt ihr euch komplett nochmal durchlesen. Aber aus meiner Sicht ist die Fußballwelt halt eben nicht mehr so oder ganz, ganz selten so, dass wirklich nur, in Anführungszeichen, weil ein Fußballer ein Fan von der Mannschaft ist, dann zwangsweise zum Karriereende nochmal zu der Mannschaft hingeht. Es würde natürlich einen freuen, also Toni Kroos auf der Doppel-Acht, als Passgeber und Distanzschütze, Standardschütze, wäre natürlich fantastisch. Heißt aber natürlich dann auch, wir bräuchten auch einen Sechser, der da hinten alles abräumt, denn das brauchst du bei einem Toni Kroos. Der ist halt jemand, den du dann wirklich als absoluten Anspielstation und Funktionär, so wenn du vorwärts als in der Defensivbewegung hast. Und ja, da brauchst du halt jemanden, der da hinten eben praktisch auch den Rücken frei hält und dann als richtigen Sechser auch agiert. Ja, dennoch sage ich für mich persönlich unfassbar unwahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass das zustande kommt, vor allem weil Toni Kroos auch vor nicht allzu langer Zeit gesagt hat, er wird nicht mehr wechseln. Also entweder wird er bei Real nochmal verlängern oder wenn sein Vertrag jetzt ausläuft, wird er vielleicht auch sein Karriereende machen. Das kann natürlich auch sein. Ja, ich glaube auf jeden Fall nicht, dass er dann zu Bremen kommt. Auch wenn ich gleichzeitig sage, ein Name wie Toni Kroos bei Werder, das hätte schon was. Und ich glaube, ein Trikot würden wir uns alle holen. Vielleicht muss man ja dazu sagen, er ist ja Werder-Fan. Vielleicht schaut er ja auch hier ab und zu rein und sagt, ey, wir haben ja auch eine supergeile Community, da sollte man mal hinkommen. Man weiß es nicht. Vielleicht haben wir ja irgendwann mal einen Talk mit dem lieben Kroos. Das wäre ja Wahnsinn, ne? So, jetzt machen wir das aber zu. Wie gesagt, ich wollte auch das nur kurz fassen oder kurz zusammenfassen. Und jetzt reden wir vor allen Dingen über Nikolaj Raab, Liebe You Kennen, Anthony Jung und was ging gestern alles ab. Freunde, das war ja auch nicht mehr normal, muss man sagen. Das war ja ein Ding nach dem anderen, was kam. Das war wirklich ein Ding nach dem anderen. Die erste Nachricht, die wir hatten, war Nikolaj Raab. Das heißt, wir fangen auch chronologisch an. Nikolaj Raab darf Werder verlassen. Das hat Clemens Kritz bestätigt, also das steht fest. Er darf Werder verlassen, wenn, und das müssen wir auch sagen, wenn, denn der Preis stimmt. Also wenn das Angebot stimmt, wenn das Angebot attraktiv ist, sowohl für Werder als auch für Nikolaj Raab ist, dann darf er den Verein verlassen. Man muss hier zwei Sichten mitsehen. Zum einen die Sicht vom Spieler selber, der sich vielleicht auch mehr Spielzeit wünscht, als in der Hinrunde jetzt sieben Einsätze, davon keine in der Startelf und nur im gesamten 5% Spielminuten. Das ist natürlich extrem wenig in der Bundesliga. Und gleichzeitig kann man auch die Vereinsseite sehen. Also Nikolaj Raab ist jemand, den haben wir in der Tiefe, der deckt viele Positionen ab. Kommt ihm natürlich auch ein Stück weit jetzt zum Nachteil, weil er halt irgendwie dadurch ist er halt eben ein super Einwechselspieler eigentlich, weil du den immer auf verschiedene Positionen bringen kannst. Das heißt, du hast einen Spieler zu auf der Bank, hast aber damit drei Optionen. Aber es ist halt für ihn auch zum Nachteil, weil er auf keiner seiner Positionen, zumindest für Ole Werner, stärker ist als die, die da auf dem Feld sind. Wie gesagt, nochmal, das ist jetzt nicht meine Meinung, aber das ist das, was offensichtlich ja Ole Werner denkt. Sonst würde ja Nikolaj Raab vor den anderen spielen. Ja, mit einem Marken von 800.000 ist im Winter bestimmt auch eine Summe zu erzielen von einer Million. Viel mehr wird es nicht sein. Ich habe auch ein paar gelesen, die geschrieben haben, unter zwei auf keinen Fall verkaufen. Das kann ich mir nicht vorstellen, eine Million schon eher. Hat halt einen Vertrag bis 2024. Das kommt uns zugute. 26, bestes Fußballeralter. Aber ich könnte beide Seiten hier verstehen. Sollte es zu einem Wechsel kommen, kann ich das komplett verstehen. Und verstehe dann auch, dass man das auch im Winter tun würde. Kann mir aber auch vorstellen, dass am Ende Nikolaj Raab bleibt, weil, wie gesagt, es muss alles passen. Angebot, Nachfrage und vor allem auch für Rappo selber. Und eins kann man auch festhalten, egal, wohin Rappo gehen würde, der Verein, der ihn nehmen würde, würde auf jeden Fall einen absoluten Sympathieträger auch mitbekommen, der halt alles auch für den Verein gibt. Ja, und menschlich einfach auch top aufgestellt ist, muss man sagen. Ich finde, Nikolaj Raab ist ein, wirklich, hat wirklich einen tollen Charakter. Ja, ich möchte kurz ein paar Sachen hier einblenden. Machen wir mal hier so zack, 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 zack. Und zwar haben ein paar Leute gestern geschrieben, ey, wie sieht das hier eigentlich aus? Also, was macht Werder da eigentlich? Wir suchen ja auch völlig falsche Positionen. Also, Werder sucht immer auf den Positionen, wo man eigentlich keinen Bedarf hat. Und ich verstehe im Grunde diese Nachricht auch, wenn man überlegt, okay, jetzt kommt ein Linksdetailiger wie Maximilian Mittelstädt, den wir vielleicht holen könnten oder der im Sommer ablösefrei zu uns kommen könnte. Gespräche sollen schon laufen. Dabei haben wir eine Doppelbesetzung von Anthony Jung und Lee Buchanan. Jetzt muss man natürlich aber auch sagen, wir wissen ja alle nicht, und das gilt jetzt auch an alle, die das geschrieben haben, wir wissen nicht, wie waren die Gespräche mit Anthony Jung? Was hat er sich da versprochen drunter? Wollte er einen garantierten Stammplatz oder so und so viele Einsatzminuten mindestens? Wollte er gehaltstechnisch einfach zu viel für Werder, für eben dann auch sein Alter? Und Werder sagt, ey, nee, wir müssen auch zukunftsorientiert denken. Denn eins ist ja auch klar, wir müssen eigentlich transfertechnisch immer die Transfers auch so abwickeln, dass wir entweder einen sehr guten Wiederverkaufswert auch erzielen können. Das heißt, wir entwickeln die Spieler weiter, verkaufen die Teurer, das wird bei Anthony Jung nicht passieren. Oder wir haben damit eben eine Position für ein paar Jahre geschlossen, dass man sagt, okay, der ist zwar jetzt schon, keine Ahnung, 28, 29, 30, aber der macht diese Position zu. Also der füllt die aus und gut ist. Ja, da ist natürlich dann auch so diese große Frage, was ist da genau gelaufen mit Anthony Jung? Ich glaube, dass es, ich habe es gestern schon mal gesagt, für mich ist Maximilian Mittelstädt keiner, wo ich sage, wenn der kommt und Jung geht, dass der gesetzt ist. Für mich ist es aber jemand, der dann in den Zweikampf muss mit Buchanan. So, und Buchanan, sage ich euch offen und ehrlich, sehe ich auf der linken Außenbahn, ich sehe in ihm die Zukunft. Für mich ist das der Spielertyp, den wir auf der linken Außenbahn als Schienenspieler absolut weiter fördern sollten. Der sollte sowieso auch in der Rückrunde immer vermehrt als Stammspieler auch auflaufen, damit er sich auch weiterentwickeln kann. Am wichtigsten für jeden Profi ist auch die Spielpraxis. Deswegen gibt es ja auch so Wechsel wie bei Nikolaj Rapp. Und deswegen ist das auch so schade, dass viele immer wieder sagen, ja, der ist noch nicht so weit und der ist, weiß ich nicht. Wie kann er denn aber auch irgendwann so weit sein, wenn er nicht spielt? Also man muss die Jungs auch spielen lassen. Gerade Talente zu fördern gehen halt im Idealfall auch immer wieder über Einsätze, über auch längere Einsätze, über Start-F-Einsätze, dass du sie wirklich da ranführst, um dann eben auch den nächsten Sprung zu machen. Ich bezweifle sehr, sehr stark, weil ich weiß, dass das Argument von vielen kommen wird, ja, aber Jung ist dann defensiv besser, weiß ich nicht. Jung kannst du sehr, sehr gerne als Backup auf der Bank haben. Du kannst ihn sehr, sehr gerne auch als linken Innenbeteiliger-Backup haben. Ist sowieso tempotechnisch auch stärker als auf der linken Außenbahn. Dennoch sage ich, dass ich nicht glaube, dass wir mit Buchanan zehnmal schlechter wären als mit Anthony Jung auf der linken Außenbahn. Und ich glaube, dass von der Entwicklung her wir auf jeden Fall mehr erwarten können eben bei einem Buchanan, wenn man den richtig fördert. So, jetzt schauen wir uns trotzdem aber auch nochmal Anthony Jung an, denn sein Vertrag läuft halt eben auch nun mal aus. Und ja, er hat eine Million Mark wert, ist 31 Jahre alt geworden und wäre dann im Sommer ablösefrei zu haben. Hat in der aktuellen Saison 15 Spieler gemacht, zwei Tore, zwei Vorlagen. Ja, das ist natürlich etwas, wo du sagst, ey, der hat in der Hinrunde auf jeden Fall auch Pluspunkte gesammelt. Deswegen sage ich ja, es kann nur an den Gesprächen selber geliefen, geliefen, wunderbar, dass er dann, oder dass Werder dann gesagt hat, ey, wir müssen uns da auch umgucken. So, und da muss ja auch nicht jede Information an die Presse gekommen sein. Da wissen wir einfach den Stand nicht. Bei Buchanan ist, wie gesagt, so, er ist 21 Jahre, wird im März 22, hat einen Marken von 3,5 Millionen und einen Vertrag bis 2,26. Hat neun Spiele gemacht, davon aber nur 7 Prozent in der Startelf und ein Tor erzielt. Das werden wir, glaube ich, alle nicht vergessen. Das war gegen Dortmund. Das hat er auch wirklich sehr, sehr schön gemacht. Ja, und seine Hauptmarken sozusagen sind eben die linke Außenbahn. So, und da sehe ich ihn auch absolut zukunftstechnisch, dass er da eben bei uns Stammspieler wird. Und dann, wenn Mittelstädt kommen würde, in einen Zweikampf mit Mittelstädt geht, aber auf keinen Fall Mittelstädt gesetzt ist. Das wäre für mich ein Unding, muss ich ganz ehrlich auch sagen. Ja, dennoch, jetzt nochmal zu den Kommentaren von gerade eben, dass Werder immer auf andere Position sucht. Ich verstehe jeden, der sich wünscht, dass wir dann auch mal bei einem Sechser umgucken, einem gestandenen Sechser, der uns sofort weiterhilft, oder auch eine Offensivalternative. Für mich persönlich, sage ich euch sogar ganz offen ehrlich, würde ich jetzt gerade nicht mal nach einem Sechser gucken, sondern, also an erster Stelle, sondern eher an zweiter Stelle. An erster Stelle wäre für mich eine offensive Alternative. Das wäre für mich das Wichtigste, weil ich Bauchschmerzen kriege, wenn ich daran denke, wenn Fülkuk oder Durchschmer verletzt sind, auch vielleicht für zwei, drei Spiele, oder sogar beide, dass dann Dinsch und Berg die Alternativen sind. Da habe ich ein bisschen Bauchschmerzen. Und jetzt hat man im Goller mit noch einer offensiven Alternative abgegeben. Das heißt, auch von der Bank aus kannst du nicht mal auswechseln. Das heißt, spielen Dinsch und Berg in der Startelf, hast du keinen Stürmer auf der Bank. So, ich weiß, es ist viel, wenn, wenn Fülkuk und Durchsch eben da auch so verletzt sind. Dennoch sind das Sachen, auf die du ja auch vorbereitet sein musst. Und da sage ich, boah, tue ich mich ein bisschen schwer mit, zu sagen, dass ich da irgendwie keine Alternative haben wollen würde. Heißt für mich aber auch, dass das eine das andere nicht aussieht. Sollte Nikolaj Rapp zum Beispiel wechseln, heißt das ja nicht, dass man das Geld nicht reinvestiert. Vielleicht macht man auch diesen Rappow-Wechsel, wenn man sagt, im Mittelfeld haben wir so viele Optionen. Bomm und Salifu kommen jetzt auch noch mit rein, die im Prinzip ja fast schon eine Art Neuzugänge im Mittelfeld sind oder Neuzugänge bilden. Und gleichzeitig dann im Mittelfeld zwei Positionen wieder abdecken. Ob die so funktionieren oder nicht, das wissen wir nicht. Aber dennoch sind die beiden jetzt da. Und Nikolaj Rapp wäre dann weg. Das heißt, du fängst das auf im Kader, kannst aber vielleicht das Geld reinvestieren in eben eine offensive Alternative. Ich persönlich würde mich sehr freuen, die beiden offensive Alternative. Und ja, sage im Mittelfeld, wir sind da auch immer noch sehr, sehr dick besetzt. Nicht qualitativ overpowered besetzt, aber sehr breit besetzt, gerade aktuell. Wie gesagt, am allerliebsten, wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre es für mich ein Stürmer, der auch hinter den Stürmern spielen kann. Also, das heißt, den Völkern durch fit sind, der trotzdem auch in Konkurrenzkampf gehen könnte mit Romanus Schmid, Bittencourt und so weiter, auf der offensiven Achterposition. Das wäre für mich so ein Top-Crew, wenn man da so jemanden hätte, also der offensiv so stark ist, dass er hinter den Stürmern spielen kann, aber auch als Stürmer, weil man damit eben doppelt was abdeckt. Und ich glaube, dass das damals auch der Plan war, wo man Zing holen wollte, der dafür geplant war, oder auch, wo man an Kyrie dran war, denn auch der hätte diese beiden Sachen abdecken können. Und mit Stay hat man einen ganz anderen Spieletyp am Ende geholt, der deutlich defensiver ist und Oliver Burke auch einen klaren Stürmer. Also, auf jeden Fall in eine andere Richtung gegangen. Ja, deswegen wird das sehr interessant sein. Also, wir fassen nochmal alles kurz zusammen. Nicola Rapp darf gehen, wenn das Angebot stimmt. Toni Kroos, da können wir ein dickes Fragezeichen dran machen. Schön, dass er Werder-Fan ist, freuen wir uns alle drüber. Aber dass jetzt Werder wirklich kommt, können wir mal alle auch bezweifeln. Buchanan ist für mich die Zukunft. Da könnt ihr eure Meinung gerne unten reinschreiben. Und Anthony Jung würde definitiv dann gehen im Sommer, wenn Mitgestatt kommt. Davon gehe ich aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit Jung verlängert und gleichzeitig bei einem neuen Linksverteidiger baggert. Und dann Jung als Alternative für die Innenverteidigung. Obwohl natürlich auch viele sagen, und das habe ich da gestern auch schon in meinem Video gesagt, natürlich könntest du das so machen, dass du Jung verlängerst als Backup-Linker Innenverteidiger. Aber da ist auch die Frage, was will der Spieler und warum, wenn das so ist, warum suchst du dann jetzt gerade schon, obwohl ja dann die Gespräche vielleicht doch gut gelaufen werden, jetzt schon nach einer Alternative für Links. Das macht für mich wenig Sinn. Naja, zumal ja Argo auch noch Links spielen kann. Er kann ja Rechts und Links spielen. Aber gut, müssen wir mal schauen. Kann natürlich auch ein vorweisender Hinweis sein, dass Argo eventuell doch gehen wird und man Mittelstädt eben mit Argo ersetzen will. Das kann natürlich auch passieren. Ja, jetzt gerne eure Meinung in die Kommentare. Lasst sehr, sehr gerne ein Däumchen da oben da. Lasst ein Abo da. Ich bin erstmal raus. Euer Nico und ciao, ciao. Euer Nico und ciao. Untertitelung des ZDF, 2020